Ob er tot ist oder lebt, wissen wir nicht. Er hat die Höhlen im Nordosten übernommen, hat sie mit gefährlichen Kreaturen gefüllt und gefährlichen Fallen. Keine geistig gesunde Person wandert je noch dahin. Könntest du für mich eine kleine Arbeit unternehmen? Ja, natürlich. Ich habe keine Angst vor Videos. Vilus nahm ein mächtiges Buch von der Bücherei und hat es nicht zurückgebracht. Es nennt sich On the Properties of Runestones. Bring es zurück zu mir und ich werde dir lehren, deine magischen Fähigkeiten zur Gänze zu verbessern. Okay. Book, Runestones. Ja, das passt schon. Und das soll irgendwo hier oben sein im Nordosten. Die Höhlen im Nordosten. Er meint aber schon auf dieser Ebene, oder? Ich sehe nämlich keine Höhle und auch keinen Gang, der in die Höhlen führen könnte. Aber wenn das wirklich der verrückte Magier ist, der die Gugel rausgeschmissen hat, dann arbeitet er wohl ganz gerne mit Geheimtüren. Oh, wer bist du? Hallo Abenteurer, ich habe ein Buch, das zu meinem Kameraden Moloch gebracht werden soll. Natürlich, warum nicht? Ja, das Buch beinhaltet einen ziemlich starken Zauber, der nur für Moloch ist. Du musst mir versprechen, ihn nicht zu öffnen. Ah, ich verspreche. Das ist wahrscheinlich ein Test des Vertrauens. Und wo war der? Äh, ich glaube, da war ich hier auf der Seite. Da ist man nach Westen, Norden rumschwenken. Hier rum, hier ist der Eingang. Ah, es ist ein neues Gesicht, das ich sehe. Ich kann mir vorstellen, dass du eine Menge interessanter Objekte gefunden hast. Ja, ich habe ein paar kennengelernt. Oh, er kann Sachen identifizieren. Das ist doch mal sehr praktisch. Äh, das da. Kannst du das für mich identifizieren? Äh, ich brauche neun Goldmünzen. Wir haben... Kein Gold. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Tschüss. Ähm. Okay. Identify. Also sollten doch mal demnächst wieder ein Salimentar ausmüllen. Das Schwerzampfer könnte ich hierbleiben. Ähm. Und dann von oben das Gold mitnehmen, damit wir hier identifizieren können. Weil gerade sowas wie den Ring... ...würde ich schon ganz gerne wissen, was er macht. Und auch die... ...Zauberstäbe und Zauberschriftrollen. Das wäre schon sehr praktisch. So, wo ist jetzt dieser Moloch? Du bist Moloch, oder? Genau. Jopp, hier ist es. Ah, dankeschön. Du bist Gerugon, bist du nicht? Ja, das bin ich. Äh, ich hatte eigentlich nur vor, dich zu belohnen dafür, dass du das Buch überbracht hast. Aber ich habe gehört, dass du die bedrohliche Feuerhydra getroffen und vernichtet hast. Das achtköpfige Monster war eine Bedrohung für unser Volk. Sehr gut getan. Du hast eine noch größere Belohnung verdient, als du es jetzt schon tust. Ja, das ist definitiv ein Test. Also einmal ein Test des Vertrauens, dass wir das Buch überbracht haben. Oder wahrscheinlich ein Test der Demut. Weil der Avatar so eine niedrige Aufgabe übernommen hat. Und jetzt kommt ein Test der... Ja, auch wieder Demut, oder? Dass wir eingestehen, dass wir nicht das Biest umgebracht haben. Ja. Mal gucken, was das Nächstes kommt. Also, I beg thy pardon, I slow no such beast. Und du sollst das Buch der Ehrlichkeit bekommen. Ah, das ist das Talisman-Dingens. Denn Ehrlichkeit und Wahrheit sind jenseits von Zeit. Was? Du sollst es finden bei dem Schlüssel hinter dem Urglas. Was kannst du mir über dieses Buch sagen? Okay, warte mal. Das mit dem Urglas muss ich mir das mal aufschreiben. Also, wichtig. Krieg ein Kästchen. Book of Honesty. Key behind, also hinter, the hourglass. Also hinter der Sanduhr. Das Buch gehörte eins zu Kabirus und das eins seiner Talismane. Es wurde von Ravenhurst von Moonglow geschrieben. Der großartige Werke über Ehrlichkeit und Wahrheit gesammelt hat. Ist das große Macht und beinhaltet großes Wissen. Dankeschön, ich werde es jetzt suchen. Der Schlüssel ist hinter dem Urglas. Karte. Das ist kein Urglas. Okay, das war meine erste Vermutung. Dass die ganze Akademie angeordnet ist wie ein Urglas. Na gut. Ganz kurz Südosten und den Gang hier noch nachgucken. Südosten. Einmal rum. Und jetzt hier rum. Wer bist du? Hast du meinen Freund Gursdang gesehen? Wer? Mein Freund Gursdang. Er ist nach unten gegangen vor ein paar Monaten. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Was hat er da unten vorgehabt? Er hat den Schlüssel der Wahrheit gesucht. Aber es muss in die Hände von Tybal, dem Verrückten, gefallen sein. Nein, gar nicht dem Verrückten. Dem Zauberer. Wie viele verrückte Zauberer gibt es hier verdammt nochmal? Wenn ich ihn finden sollte, sage ich dir Bescheid. Also Gursdang. Gursdang ging nach unten. Und das hätte er wohl nicht tun sollen, ne? Du bist jemand anders. Ich verwende ab und zu Magie. Ja, das stimmt. Sie erforscht die Eigenschaften von Mantras und Schreien. Was hast du gefunden? Es wurde lange gedacht, dass die Schreine nur dafür da sind, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Was wir ja auch bisher prima damit gemacht haben. Aber offensichtlich gibt es auch Mantras, die Objekte herstellen. oder Informationen geben. Was für Mantras sind dies? Ich konnte bisher keine speziellen Mantras finden. Aber es wird gesagt, dass es ein Mantra gibt, das zu einem mächtigen Artefakt führen wird. Dieses Mantra wurde in drei Teile zerlegt. Welche zuerst zusammengefügt werden müssen, um das Original Wort zu bilden. Ha. Aber sie hat keine weiteren Informationen. Dankeschön. Das heißt, wenn wir jetzt komische Mantra-Teile finden, wo wir sie nicht wissen, was sie bedeuten, müssen wir sie einfach in einer bestimmten Reihenfolge aneinander rein und dann kriegen wir einen Hinweis. Wahrscheinlich über einen weiteren Talismant-Teil. Okay. Oh, das ist hier eine Waffenkammer. Nö. Da ist ein Knopf. Da ist ein Tränke. Haben wir den Stock noch? Aha. Äh. Ich habe den Knopf jetzt gedrückt, aber irgendwie kommen wir nicht raus. Das ist Incense. Wir wissen noch nicht, was das macht. Eine Lederrüstung. Ganz viele Tränke. Die gehören noch niemandem? Nö. Flup. Nichts stapelbar. Käse, Brot. Oh, sehr schön. Warte mal. Das essen wir noch gleich auf, damit wir nicht wieder nach oben gehen müssen, um Essen zu beschwören. Oh, Geist. Du bist aggressiv? Kann ja auch mal gute Geister geben. Kannst nicht mitreden. Aber greift uns nicht wirklich an. Lass den mal in Ruhe. Vielleicht will er uns ja bloß erschrecken. Hm. Okay. Hopps. Ja, lass ihn einfach so stehen. Komischer Kauz. Oh, Tür. Ah, so, so, so. Ein weiterer Trottel öffnet die Tür des Nicht-Nachdenkens. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. Das ist alles, wofür die meisten Zeit haben. So waren die Dinge nicht, als ich so alt war wie du. Dessen kann ich dir bestätigen. Nun, hast du nichts zu sagen? Bist du wirklich eine Tür? Hier sehe ich aus. Wie eine Zugbrücke? Ja. Aber wie bist du eine Tür geworden? Ja, ich war einst ein junger Mensch wie du. Aber ich wurde einst müde von dem normalen Volk. Also, von seinen Mitmenschen. Und ihrer Dummheit. Ich war ein brillanter Magier. Und ich wurde durchgehend mit nervigen Fragen behelligt. Dessen müde habe ich mich in eine Tür verwandelt? Um mich um endlich Ruhe und Frieden zu finden. Das hat aber offensichtlich nicht funktioniert. Was zur Hölle? Du bist ein übermächtiger Magier und deine einzige Idee Frieden und Ruhe zu finden ist, dich in eine Tür zu verwandeln? Sperre dich einfach im Turm ein, wie andere Magier das machen. Komischer Chaos. Kannst du dich nicht zurück in einen Menschen verwandeln? Jetzt fordern wir ihn auf, ob er sich nicht zurück in einen Menschen verwandeln kann. Er sagt, glaubst du etwa, meine Macht ist nicht stark genug, um mich zurück zu verwandeln? Ich würde gerne sehen, wie du es versuchst. Die Tür öffnet sich. Okay, was haben wir hier? Seven Flasks of Port. Sieben Weinflaschen. Ich habe den Verdacht, dass die Weinflasche, die wir gefunden haben, doch nicht ein Talisman ist, sondern nur einer von vielen Weinflaschen. Achso. Essen. Ähm. Weiß ja nicht. Oh. Was haben wir da? Ein Exstein. M. So. Und hopp. Oh, okay. Okay. Guck mal auf die Tür. Da. So. Gustin ging nach unten. Hier haben wir alles aufgedeckt. Da geht es noch weiter. Also rechts rum an der Wand lang. Nee, hier. Sieht immer noch. Keine Ahnung, wozu das Schalter da war. Äh. Ein Kraut. Eine Ölflasche. Deswegen würde ich da nicht unbedingt drüber springen wollen. Geht es hier noch irgendwo hin? Hm. Na gut. Speichern wir es mal ab und machen einen kleinen Cut. Geht es hier noch nie mit. Von Jörg ist die hier noch nicht. Vielen Dank.